Was geht, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe zwei Special Guäste dabei. Und zwar einmal... Natham! Hallo, komm Natham. Ich glaub, ich will Donnie mitmachen. Komm, Natham, komm jetzt rein. Kann mich jemand retten? Sag bitte jetzt unten hier! Oh, liebe Tim! Hallo Leute, du kennst abgeschautet. Wir haben beide keine richtige Stimme. Ja, ich bin die einzige Gesunde hier. Ist eigentlich nicht so gut, dass ich gerade sitze. Also, wenn ich noch mal reine... So, was? Ja, bitte, red so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ganz lustig, je nachdem, welche Wörter wir sagen. Wir dürfen nur nicht so viel reden, eigentlich. Ey, Glückwunsch, super in einem Video. Wir testen jetzt Amazon-Produkte aus. Aber ich habe die nicht bestellt. Und zwar, das wart ihr. Also, ich habe mich einfach meine Insta-Sory gefragt. Und die hat mir da ganz viele gestörte Sachen reingeschickt. Und ich habe die einfach bestellt. Gut, seid ihr bereit? Ja, voll. Okay, für die erste Sache. Boah, ey. Okay, pass auf. Das sind so riesige Wundertüte. Einfach blit. Hast du mir das nicht letztens irgendwie schon angedreht? Nein. Nein. Nein, habe ich es nicht. Doch. Oder ist das was anderes? Oh, okay. Das sieht aus wie so Weed halt. Ja, voll. Ja. Aber was ist es? Es ist Weed, ja. Vielleicht ist es auch so ein Schlummi. Nein, da steht halt auch OGs drauf. Das rauchen wir halt jetzt. Das rauchen wir jetzt. Das rauchen wir jetzt. Nein, das war ein Spaß. Wir probieren es jetzt. Ist man das? Ja, das ist es. Wird man davon heiß, Isabel? Weiß ich nicht. Was ist das denn? Hey, was? Lass uns mal durchlesen. Vielleicht hat sich das irgendwo aus dem Ausland gestellt. Das schmeckt bestimmt einfach nur so nach Graz. Nicht mal. Aber das war nicht günstig. Oh mein Gott. Kann ich sagen, wie es riecht? Wie riecht das? Geht ihr das, wenn man Meerschweinchen-Käfig nicht säubert? Oh, es riecht genau so. Es ist lecker. Okay, aber es kann ja nicht richtig. Probier mal. Was ist das? Kann man das essen? Boah, das riecht genau wie so ein... Je mehr auf das so zu lecken. Ich kau jetzt. Das riecht genau wie so ein Mäuse- oder Hamsterleckerchen. Alter, das ist schmuckig. Ja. Aber lecker, ne? Ne. Also es ist jetzt nicht lecker-lecker, aber es ist okay. Hä, wie diese Schoko-Crossies. Kennt ihr die? Aber geil. So geil, wow. Hä, das ist wirklich lecker. Das ist mega lecker. Ey, wir scheißen nachher noch gesehen. Ohne Scheiß. Ehh. Oh, wie cool. Hallo, hör auf. So gucken. Oh, wie cool. Das sind richtig coole Sachen. Ne Pampers? Ich weiß dann, was es ist. Ihr müsst weiter raten, was es ist. Es ist Ton. Ihr müsst es auch machen. Zuckerwatte. Inbraun. Gib mal das Messer davor. Für was? Um das aufzumachen. Achso, okay. Für was? Für mich abzustecken. Spaß. Das wird jetzt groß. Ein Bademantel. Nein. Eine Decke. Ein Handtuch. Aber was für eine Decke? Ein riesiger Cookie. Nein. 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 Zerdrückte Kippen. Das ist Pizzateig. Heißt, ich kann mich so... Pizzateig zerdrücken. Guck mal. Was soll das für Pizzateig sein? Guck mal. Ich bin jetzt zum Rap. Bist du ein Burrito bist du? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Können wir einmal zeigen, wie gleich ist? Können wir einmal bitte das hier fest? Du bist so die Füllung. Und er so... Was? Ja, ich halte den Mund. Okay, jetzt ballerts. Jetzt ballerts. Kannst du dich kurz auf den Tisch legen bitte? Als Rap? Ja. Oh mein Gott. Dann schneiden wir dich auf und holen halt es raus in dir. Wir fangen jetzt hier an. Das war's schon? Ja, das war's schon. Das hat gerade erst angefangen. Nein. Können wir das auf den Tisch legen? Jetzt wird das Video auf einmal toll, ne? Ja, jetzt wird er wieder dreckig. Jetzt haben wir den Rap. Stimmt. Das war doch absichtlich. Was da kriegst du Probleme? Hey, mega. Jetzt kommt so Salat. Das ist auch cool. Salat. Das ist auch so chinesische Schriftzeichen. Das kommt so aus China. Mail in China. Was ist das? Tim, das kannst du, glaub ich, gut gebrauchen. Das ist doch so ein Scheißhaufen Kissen. Nein. Irgendwann wie ein Durchfall? Oh boy, das können wir alle gebrauchen. Was ist so ein Durchfallproblem, ne? Ja, ich hab glaub ich... Irgendwas. Cool sauce. Ist das ein Schwimmnudel? Ja, das ist so legit. Ist egal, ich komm weg. Das ist jetzt so richtig wie so ein Vakuum ist das. Hä? Ich weiß, was das ist. Glaub ich. Ich seh ne Hand. Oh nein, ich weiß genau, was das ist. So ein Single Kissen, ne? Wenn man alleine ist und traurig und dann kuscheln möchte, dann kann man... So eine Masturbation. Tim! Nein, ich mach's kurz. Ey, was denn? Du hast dich nicht kaputt. Bitte nicht. Du brauchst es doch. Du brauchst es doch. Als so ein halber Typ. Oh. No. Und dann umarmt der nicht. Weil? Weil er auch Single ist. Ja, damit du nicht alleine bist nachts. Shit. Sogar mit Sixpack und so. Sogar mit Sixpack und so. Sogar mit Sixpack und so. Das fand ich jetzt eigentlich nicht so spannend. Ich lebe dir einen halben. Das war so unnustig einfach. Man hätt's dich sparen können. Entschuldigung. Ich fand's eigentlich gar nicht so spannend. Oh, so stupid. Oh, aber ich wusste, Tim gepenkt hat. Ich wusste, dass du das magst. Das war so ein Wögel. Okay, drück mal rein. Es bleibt nicht drinne. Man wird so behindert. Das geht. Das geht. Ey, da wird man so aggressiv von. Man will unbedingt, dass es drinne bleibt. Aber das bleibt nicht drinne. Es ist so schlimm. Ich kenn die. Normalerweise bleiben die drinnen, ne? Nein, ich wollte auch eine... Da gehört das auch. Ey, das ist wirklich das andere Ende. Das war, glaube ich, ins Buffet. Danke. In den Coaster rein, der so witzig klingt. Da gehört das wirklich hin. Wirf Nathan ab. Hier ist ne Fliege. Oh, wir flogen, Alter. Oh, ich mach jetzt auch. Oh, ich will so behindert werden. Das schickert voll, ne? Aber warum geht das denn nicht? Es ist doch... Ich will auch unbedingt reinstechen. Ja, mach mal kaputt. Mach das kaputt. Stell dir mal vor, die klingeln wir jetzt ab. Und der Tessi in den Kopf. Und dann sitzt sie da so. Und wir hätten einfach ein Bild gemacht für Halloween. Und dann hätten wir gehört... Was hast du im Kopf, Alter? Halloween. The future of clean. Oh nein, die Schokolade ist ausgelaufen. Toilettenbürste. Oh mein Gott, das ist einzeln. Sorry. Hier, das zuerst. Was kann sie? Hast du irgendwas Besonderes ansehen? Ey, wenn wir dafür jetzt mal... Ich hab schon mal gehört, dass sie schon mal benutzt wurden. Deswegen, ich fasse die nicht an. Ich hätte es gerade im Gesicht. Echt? Guck mal, das ist beim zweiten Vorfach. Nein, das ist wirklich sauber. Was? Ich meine gar nicht mit Frau. Was? Ich meine gar nicht mit Frau. Oh, die stinkt so doll. Boah, riech mal. Wirklich? Eigentlich soll die elektrisch sein, die Bürste. Warum geht das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Vielleicht brauchst du eine Batterie. Was ist, wenn sie keine Batterie hat? Was ist, wenn sie kein Eissteinflüttchen hat? Ey, die sollte... Ey, die sollte... Die sollte... Die sollte... Die sollte elektrisch... Nathan! Nathan! Ich hatte die ganze Zeit, als ich in die Scheibe werfe. Nathan.gov. Ey, die sollten wirklich elektrisch sein. Nein, das ist... Wir sind jetzt high. Das ist... Ich will das nicht. Nathan! Nein! So, wireless spores haben mich. Mach keinen Sport. Ich mach Sport. Ich mach Sport. Das wäre der kleine Sport. Nein! Ihr seid so hinter... Oh nein! Es ist ein Kopfhörer und Kopfband. Das heißt, du kannst da auch... Die Frage ist, wer trägt so ein Kopfband? Also ich möchte die Frage... Wer macht einfach Sport? Du siehst an. Aber eigentlich müsste da Musik drauflaufen, ne? Ja, du musst es erst mal verbinden, weil... Oh mein Gott, jetzt verstehe ich's. Das ist automatisch... Das ist Kopfhörer und... Ja, aber... Das sieht doch übel kacke aus. Ich mach das... Ah! Ich mach das jetzt einfach an. Ich hab voll eingedrückt. Ihr zwei seid absolute Kleinkinder. Ah! Ah! Also... Das ist so ein Ding, da kann man Musik drauf hören, wenn man eben bei Sport macht. So, Tim. Ich glaub das alle... Ey, ich hab mich die ganze Zeit voll drauf gefreut. Das möchte ich jetzt machen. Ist das ein Toiletten-Ding? Ja. Es ist ein Spiel, während du auf der Toilette sitzt. Oh Gott, dann bleib ich noch länger. Aber das ist wirklich cool. Na dann, kann man dir dann die Aufnahme machen, die du auf dem Sto sitzt? Bitte? Nee, bitte nee. Oh nein. Oh Gott, als letztes noch nie gemacht. Glaub ich dir nicht. Auf dem Klo, da brauchen wir Dings gespielt. Bestimm mal was anderes. Oh, wie schlecht. Das ist halt eine Aufgabe. Guck mal, was hast du Zwerge sucht. Ja, du kannst jetzt gehen. Du kannst nicht rein. Ich bin so ne geile... Hahaha. Das tut oh so leid. Ich hab dich grad so enttäuscht. Wollen wir das jetzt an der machen? Nicht du. Und... Oh mein Gott, so schlecht. Ja, aber... Man hat ja auch Zeit auf Klo. Aber das macht ja wirklich Spaß gerade, ne? Ey, du machst das ja nicht. Danke. Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da werde ich stink sauer, wenn ich das werde. Die Scheiße trocknet schon an deinem Arsch. Die Scheiße. Aufgelegt. Wenn man so hoch springt, dann wählt er mit der Kacke rum. Nee, ehrlich. Mann! Wenn das bei mir zuhause auf dem Klo ist, dann kriege ich Aggressionsprobleme. Nein! Oh Gott! Das ist kaputt! Es ist halt auch wirklich kaputt. Ey, du hast es wirklich kaputt gemacht. Ey, du hast es wirklich kaputt gemacht. Ich hab es wirklich kaputt gemacht. Ey, ich wollte das auch noch ausprobieren. Leute, das Video ist zu Ende. Wie fandet ihr die Amazon-Produkte? Cool. Ich würde von der Skala von 1 bis 10, würde ich dem 6,5 geben. 7. So schlecht! Von 7 mal richtig coole Sachen, dann gibt's einen zweiten Teil. Okay, bitte. Dann haben wir auch Ansprüche im Leben. Wir stehen jetzt ein bisschen an mir langweilen. Die sollen mal was in die Kommentare schreiben, was halt noch geiler ist. Das war eine schöne Nägel. Dankeschön. Also meine. Deine sind toll. Die sind richtig geil aus. Die sind gemacht, aber die hast du nicht selber gemacht. Nein. Ich frage einfach, das kann ich nicht. Ich muss das Video jetzt beenden. Lass gerne ein Abo da und schreibt auf jeden Fall Amazon-Produkte in die Kommentare. Vielleicht ein Teil 2, aber das war... Daumen nach oben. Wie viele Daumen nach oben machst du im Durchschnitt? 10.000. Dann möchte ich jetzt 15. Was? Und ich würde 21. Und was? 15.000. Okay, 15.000 heißt, dann gibt's den zweiten Teil. Ich würde 21. Und wenn nicht, reden wir nie wieder mit Isabel. Nee. Ja. Ich würde sie. Ja, okay. Wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.